Das? Was hat's... Oh, Fe hab ich ge... Warum haben wir so viel Fe? Jetzt... Ach ja, ich hab die jetzt einmal rumgewandelt. Hab ich brauch... Water? Water, 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 oder ich mach... 2x H 1x O Hallo! Ach so... Teleportation... Hab ich nicht geboordet, ich brauch ja was zu essen. Hab ich natürlich nicht mitgenommen. Fe vielleicht? Sonnabflug mal zusammensitzen. Ne, das kann er nicht, okay. Okay... Da wär eh schon viel zu viel Scheiße hier jetzt machen. Was denn? Hast du was gemacht? Ich hatte im Well-Pointer gesetzt, grad zuletzt von... Hab mich wieder zurückgeportet. Ja... Wahrscheinlich... Das ist entschieden. Und? Das ist entschieden. Oh, ich hab kurz in die nächsten 6 eisen. Zuck, 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 zuck. Und... Bam, bam, bam. Und da wieder eisen zum verbauen hier. Hast du... Hast du die wenigstens weggepackt, die Wireless-Dinger? Ja. Glaubst oder ja? Ja. Ja, ich hab ein Feuerzeug dabei. Ein Buch, ein paar Melonen und Obsidien. Vertra... Was? Ich vertraute denn kein Betrieb. Ehh... Ach, weil es weg ist. Aber wo? Hm? Wo hast du hingepackt? Bei den ME-Thermen da hinten. Achso, okay. Ja, du kümmerst dich da schon drum. Ich mach weiter Chemie. Und denk mal da dran, wo die Zuckeraufraum die ganze Zeit war, dass du das Teil da wieder abbaust, ne? Die Energiezelle. Warum? Ja, weil die leer läuft. Ja, dann lass doch leerlaufen. Kann ich da oben nachfüllen? Die haben oben 3 Energiezellen, ne? Ja, aber lass die nicht leerlaufen. Wir brauchen die scheiß Teile. Die vollen Energiezellen oder was? Hä? Wir brauchen die Energiezellen. Ach man, lass die doch leerlaufen da. Ist ja egal. Nein. Ist ja eh leer. Die anderen sind in... Unten. Ja, unten bei der Bambu... Die ist schon leer. Mach den Gas dir. Die ist schon leer. Hier? Ja, schön. Ach man, die kriegt man doch schnell aufgefüllt. Meint doch nicht die Leak, du Affe. Ja, die harde nicht. Ist mir schon klar. Und nicht die harde nicht. Die Energiezelle, die über der... Ja, warum packst du denn da eine hin? Ich weiß doch nicht, wie voll die ist. Was weiß ich? So abbauen. Null Prozent. Ja, du ist leer. Ja. Okay, so stehen lassen. Das ist deine Schuld. Warum? Warum? Ich hab damit nichts zu tun. Bist immer schuld. Ja. Lenn das doch mal. Sieger. Sieh, 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 sieh. Potatisum. Ja, ich glaub ich... Und rein da. Obwohl, obwohl. Ich mach mir hier mal einen Vale Point hin. Mh, das Chicken. Potatisum K. Hab ich schon irgendwo K gehabt. 12 mal K. Hab ich da schon. Und die nächste Quest ist fertig. V-Board Pack. Jo. Ist klar. Ist gut. Warum? 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 Neser gerade. Wie neser? Check nicht. Guck mal, was da steht. Ja, ich hab den Chat ziemlich dezimiert. Wenn mir der sonst auf den Keks geht. Try to swim in Lava, to escape. Warum? Warte um mich gehauen aus, du Arsch. Wann? Ach, zuletzt einmal. Ja. Und jetzt hat's Keep Inventory funktioniert, ne? Ja, weil du nicht rausgeflogen bist. Ja. Was war das die ganze Zeit, die Sache? Es ging's ums rausfliegen. Das war das immer. Wenn du rausfliegst, dann ist alles gelöscht. Das ist Hardcore Mode. Ja. 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 Das ist, einfach so. Ja. Is gar nicht wie viel Auslastung da hat. Ja. ich hab auch keine du hättest schon noch offen das ist offen tun wir mal das Öl da unten weg dann holen wir mal Strom riss noch mehr ach du scheiße ach man dann machen wir mal Tank das haben wir denn für Tanks Obsidian und Glasplatten okay Obsidian herstellen Silikum, Dexozid okay Mac und O korrekt ich stell mir mal Obsidian her wenn es so schwer ist Mac und O und hier brauche ich S und O zwei Stück okay MG hmmm ja ich schau mal kurz was du meinst ja eh dass das weg ist was ja das ist weg wenn du komplett tot bist dann ist es weg außer du ja warte mit wirst du grad gestorben dann ist es noch da ja ne ich kippe ihn mit Taui eh nicht das ist ja noch bei mir schau mal was anderes wieso ist es weg äh oh oh ich muss da unbedingt was dann produzieren ich hab nichts mehr nur weil ich nicht diesen scheiß ne dann guck mal wo das Portal ist das kann ehrlich sein das weil ich fast einen Fickman gekillt hab also angegriffen hab weil er mir voll ins Schwert gerannt ist rein zufällig, rein operatorisch nein das ist wirklich ein aus dem in Schwert gerannt grad wo ich ein Visor angegriffen hab äh deswegen war letztens auch mein anderes Grab weg warum wo ich doch auch gestorben bin da haben wir gebrannt ja ja dann klar aber ich glaub das kannst du noch nicht mal aufschalten mehr ne 2 und 1 ist ja äh 2 und 1 so rum wie viel brauchen wir denn für obsidian dafür ja 4 und 2 mal das ist also ich brauch 16 allein schon für obsidian 2 und 4 und 6 gas sind hier Lodop und Faloui haben genau das gleiche Problem gehabt das ist in der Lave oder was nö das alles voller Gas war so Faloui sah aus wie Diamanten ähm sie